Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Left 4 Dead. Es ist wieder da. Aber diesmal... Ja genau. Wie auch. Wie das letzte Mal. Doch diesmal mit einem neuen Partnerkanal. XXPAN09XX. Wer ist das, Dad? Weiß ich nicht. Ich bin Jones, also es nur Spieltipps. Und er stellt sich jetzt mal kurz vor. Ich bin XXPAN09XX und der alte neue Partnerkanal von Jones160 Spieltipps. Und wir haben schon mal dieses Spiel als Together gestartet. Nur da war das irgendwie vor einem Jahr. Und naja. Nach einem Jahr geht's weiter. Ja! Und wir hoffen, dass es nicht weiter folgt. Und jetzt kommt eine kleine Katze. Ja, und danach muss ich auch noch etwas sagen. Und zwar ist das das erste Video auf meinem Kanal. Was ist denn das jetzt hier? Äh, die Werbungen, ne? Einfach wegdrücken. Okay. Äh, also was ich... Schon wieder diese Werbung. Was ich sagen möchte... Das ist das erste Video auf meinem neuen Kanal. Und... Ja. Ende. Gut. Ich nehm die Schrotflinte. Das möchte ich noch sagen. Genau. Ich nehm auch die Schrot... Wie kann man die Schrotflinte nehmen? Danke. Ja. Ich nehm das Medikit. Ich hab schon eins. So, und jetzt stell dich bitte hier rauf. Ah, das Fenster meinst du? Ja. Äh, lol. Mach das Licht aus. Ah, ah! Äh, F, ne? Aua. 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 Ich brauch aber Licht, sonst seh ich nichts. Aua. Übrigens bin ich in diesem Spiel ziemlich ungeübt. Es ist nämlich sozusagen blind. Ah, ja. Was wir noch natürlich vergessen haben. Ich spiele als Bill. Er spielt als... Zoe. Und das sind Francis und Luis. Und ich weiß auch wie beim letzten Display Francis lauter die Witcher aufgeschreckt hat. Mhm. Ja. Das war wunderschön. Hast du auf die Uhr geguckt? Jetzt. Ich höre einen Boomer. Äh, ganz laut. Mach nix. Hörst du ihn auch? Der ist halt, glaub ich, unten. Und? Ups. Äh, ja, da hinten ist er. Nein, ist er gar nicht. Äh, ja. Ich sollte nicht so viel Schrott verschwenden. Einfach draufholzen. Und, oh oh, ein Boomer hat mich angekotzt. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Äh. Wie geht's? Guck mal nach rechts. Äh. Kann uns jemand mal übrigens zeigen, wie man diese gelben, 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 wenn man hinter einer Wand ist, diese blauen, blauen Farben eliminiert? Kannst du mir mal einer sagen, wo dieser Boomer war? Ich hab ihn nicht gesehen. Der war hier, der verstand mitten im Raum. Und er hat mich angekotzt. Und er hat mich angekotzt. Also du hast jetzt auf die Uhr geguckt. Hm, wir filmen jetzt eine Minute. Oder zwei. Ein, zwei Minuten macht ja nix. Ja. Ähm. Was soll ich noch sagen? Ah ja, ich bin ziemlich schlecht. Bitte verzeiht mir das. Ähm. Vorsicht, hier ist ne Witch. Wo? Wir auch nicht. Ich will die sehen. Wir hören sie ja nicht. Wenn... Ich hab einen Auftrag zu erfüllen. Eine zweite Pistole. Immer doch. Äh. Immer doch. Wie? Immer doch. Geht doch. Hier, zweite Pistole. Nimm auch eine. Äh. Ich brenne. Hast du ja schon. Du hast eine Zigarette im Maul. Schön. Was? Okay. Du hast eine Zigarette im Mund. Passiert da. Wenn wir eine Witch sehen, müsste ich kurz mit dir reden. Das habe ich einem Freund von mir versprochen. Äh. Mit der Witch. Ich soll ihr etwas vorsingen. Ja. Ich muss der Witch etwas vorsingen. Ich hoffe, das ist okay. Und keiner soll den Alarm des Autos auslösen. Äh. Ja. Was soll die Scheiße? Weiß ich doch nicht. Lalalalala. So. Was passiert, wenn wir den Alarm des Autos eigentlich aktivieren? Ähm. Dann kommen noch mehr Gegner. Zum Auto hin? Äh. Was hast du? Zum Auto hin? Oder zum... Äh. Woher soll ich das wissen? Ich weiß es nicht. Oh, Francis. Steh mir nicht im Weg rum. Dankeschön. Oh. Äh. Ben. Ben. Hier runter. Da runter. Ich musste gerade... Äh. Ich muss sterben. Danke schön. Ein Hunter! Äh. Ja. Ich bin tot. Weil mich ein Hunter getötet hat. Nur weil ich Idiot Francis vor einem Smoker gerettet habe. Ich habe dich gerade so schön Zoe genannt. Excellent! Ich bin tot. Schön für dich. Das ist scheiße. Habt ihr gerade das beendet? Ja. Oh. Das heißt, ich bin dann wieder da und so, ne? Hoffen wir's. Äh. Ja. Scheiße. Da steht nicht tot. Von mir steht da, dass ich tot bin. Wir sind sicher für das erste. Wir sind sicher für das erste. Ah. Ja. Dann... Prost. Du lebst. Du lebst. Ja. Ich lebe und... Wenn jemand Alarm aus... Machst du die Tür bitte erst auf, wenn wir alle bereit sind? Wer sind wir alle? Ja, jetzt bin ich bereit. Nein, du brauchst ein Minipack. Ich hab doch eins. Hier. Genau. Achso, du willst mich verarzten? Ja, befummel mich bitte. Ja. Ja. Danke. Ja. Ja, so ist gut. Ah. Genau. Ah. Du hast was gut bei mir. Mhm. Äh. Ja, ein neues mitnehmen bitte. Ah ne, ich hab doch eins. Nimm du aber einen mit. Könntest du ein neues Medipack mitnehmen? Komm. Ich schieße einfach nur dumm rum. Weil ich's kann. Ja, ich schieße immer schnell auf die Köpfe. Topf runter. So macht das kein Spaß. Ähm. Lalalala. Alter. Lass mich in Ruhe. Aua. Ja, ist klar. Lalalalala. Oh, hier sieht's aber wunderschön aus. Das muss ich zugeben. Wunderschöne Atmosphäre. Mann, 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 Mann. Aua. 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 Ihr Misstgebohrten. Ihr Misstgebohrten. Ein Boomer. Sie spielen aus den Schwierigkeitsgrad normal. Ach so, ja. Das nebenbei auch noch. Und trotzdem bin ich ziemlich ungeübt. Ich habe einen Smoker gehört. Ich hab glaub ich erhört. Smoker, ich höre dich. Ich hab ihn gesehen. Ah. War er das? Er hat mich. Äh, hinter euch. Hinter euch. Ah. Diese Mistgebohrt. Hunter. Hunter. Ich liege am Boden. Hunter. 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 Könntest du mich irgendwer retten? Ich hab nur noch 14 Leben. Wo bist'n du? Ich bin bei Francis und Dingens. Ich seh' dich grad. Und sie wollen mich nicht retten, die Mistgebohrten. Alter, seid ihr eigentlich so irgendwas zu gebrauchen? Und da ist noch unten noch ein Smoker. Rette mich, Louis. Darum sich retten. Du bewegst dich doch gar nicht. Ich kann mich ja auch nicht bewegen. Weil ich tot bin. Äh, fast tot. Äh, Jones ist tot. Ja. Ich seh' dir doch. Hunter. Da bei der Treppe. Oh. Er hat dich getroffen. Oh. Oh. Da ist er. Da ist er. Oh mein Gott, hat er mich erschreckt. Und ich war erstaunt. Scheiß Hunter, wieso bist du hier rumgefrungen? Da, an dieser Treppe bin ich gestorben. Genau da, wo du hinsch... Okay. La, la, la. Ey, ich! Hast du... Ich hab dich gehört. Wie? Da, ich höre dich. Ich rette dich. Da hinten, da bist du drin. Hallo. Siehst du dich? Ich seh' nix mehr. Äh, ja. Hallo. Bist du wieder da? Buma, Buma! Wo? Äh, äh, da. Ich kann kaum was sehen, aber egal. Ja. Äh, alles ist... Äh. Ich weiß, wie das aussieht. Danke. Äh, ja. Alles ist bäh. Schleimig. Ich merke, ich bin ziemlich schlecht. Aufpassen, hier läuft genau das da rum. Ein Smoker rum. Genau das wollte ich sagen. Hast du jetzt eine Trophäe? Null. Okay. Aber ich wollte dir sagen, dass da ein Smoker ist. Hat jemand zufällig weiß ein Minipack? Äh, ja. Ich. Komm her. Äh. Nein doch nicht. Warte. Aber... Ich hab ja eh im Kader Mesh Mesh mitzirge gewesen oder sowas. Ja, ich meinte auch. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu riskant, was ich mache, indem ich einfach wieder alleine zurückgehe. Ich bin gleich wieder da. Ach. Da bist du ja wieder. Okay, das lassen wir zu alleine gehen. Das nächste Minipack ist für dich. Oh. Cool, ich hab was. Oh. Blue, was war das? Müssen die eigentlich immer so dumm aufstehen. Wenn die sich heilen. Äh, aufpassen! Ihr und... Hunter? Ich glaub das war ein Hunter, den ich gehörte. Nee, wir kommt aber gar nicht her. Wo kommen wir denn jetzt her? Aufpassen, Boomer! Wo kommen wir denn jetzt her? Ja, keine Ahnung. Wie wirst du gehen die Treppen hoch? Da, äh, äh. Aufpassen! Ich renne weg. Das ist ja schlimmer als High School of the Dead Ein Hunter Ah, Hunter getötet Mist geworden, Hunter High School of the Dead kann ich jedem empfehlen, der Anime Markt Hier kommen wir her, ich sag's ja, hier kommen wir her Ich fasse Hunters, aber Hunters sind die Leid Hier kommen wir her, wir müssen hier längs Ich finde, Hunter sieht am coolsten aus von diesen Teilen Es ist einfach so Hunter ist Hunter Okay, wir müssen, glaube ich, hier längs Ich glaube, die Tiere sind Das erinnert mich an eine Stelle von 4, wo einmal auch in einem Zug ist und es auf 1 zukommt Und bei mir ist gerade kurz gegangen Und es geht wieder Und ich höre einen Boomer Also würde ich noch Und Luis hat den Boomer getötet Und ich sollte mal mein Licht ausmachen Ich hätte gerne einen Molokov Cocktail Dann würde ich mich viel wohler fühlen Hier ist eine Leiter Ich bin irgendwie... Ja, wie kommt man da rein? Spring rein Moment, Molokov Cocktail Ich will ihn nach... Ich... Ja, das habe ich auch gehört Wie gehe ich die Leiter hoch? Einspringen, einfach hochgehen Äh, wieso sehe ich nichts? Ah, gut Ah, ich dachte schon Smoke hat eins Spieletipps dazu Ah, du hast Gesundheit erhalten Gesundheit Äh, ja Ist gut Was denn? Hier sind gerade... Ja, die hier Die haben mich gerade wieder erschreckt Irgendwie gehen wir gerade ganze Zeit um den Kreis Egal Äh Ach, du bist da unten Kommen wir von da nicht Ja, aber auch hier müssen wir weiter irgendwie Nicht da oben Nicht da oben Das ist verwirrend Ich bin verwirrt Ich auch Wir haben gerade beide verwirrt gesagt Ach, ich bin weiter Wir müssen ganzes Satierlängs Ne, oder? Aber von... Ah, hier Ein Hunter Das war ja schlimmer als ein Leiker Äh, da hinten ist ein Dingens Ein... Smoker Der mich hatte? Ja, danke Das war so spät Ah, du sagst die Stimme als ein Leiker Meinst du mit Leiker die aus Für den Evil? Ja, Licker Ja, das sind doch diese Zungenteile da Wo man eine Trophäe kriegen kann Und wenn man denen das Herz ausschneidet Oder? Ein Tank! Ah! Ein, ein Ein Tank! Ein, was soll so machen? Ein Tank! Wo ist die Mist geboxt? Bezu mir! Äh Äh, ja Aua Renn weg, renn weg Durch den Tot Hilfe Ich brenne Er ist tot Hättet mich Ich geh nicht Ich geh nicht Schnell! Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Du bist aber nicht tot Außer, oder? Äh, oh, du musst gerettet werden Das war ein Tank Ich beobachte dich Ja, ich weiß Danke Ach, darf ich noch so Dieser Tank Hat mich gerade ziemlich erschreckt Muss ich sagen Mich hat dieser Hunter erschreckt Boah Wie leih, äh, wie ein Ding Schleitert der Ding ja immer rum Erst kommt so ein Hunter Und dann ein Tank Ähm, ähm, ähm Und Smoker Und Smoker Und dann kann ich jetzt mal gerade auf die Uhr gucken Das heißt, wir nehmen gleich schon Warte Ne, nehmen Nett schon 16 Minuten Auch Glaube, schon ungefähr Könntest du mal Für mich auch spielen? Äh, ja, äh Hinter dir ist Francis Ich bleib einfach Hinter dir ist alles gut Aber hinter dir bin ich Hinter dir bin ich Hallo Siehst du dieses rote Pünktchen da? Ah, dankeschön Äh, hat jemand was zum Fummeln? Also, du weißt schon, was ich meine Nein Äh, was zum, äh Ein Medipack Louis, heil mich Heil mich, du Bitch Oh, äh Eine Witch Ich muss mit dir reden Ich hab ne Wette verloren Ich muss mit dir reden Oh, jetzt tut's dir der Länge Ich muss die Witch hinten Und mit dir reden Ich hab seinem Freund versprochen Dass ich ihr das vorsichtig Geh da hinten hin Wo denn? Da hinten kommt das Glaub ich her, oder nicht? Ich muss nämlich für die Witch Eine kurze Strophe Aus einem bekannten Lied singen Ja, los Geh da hinten hin Äh, wie kann man sich bücken? CDL Äh? Auch Strig genannt Oder so STAG Ja, wie nimm die auch Ah Ich bin halt noch Der verwöhnte CDL-Typ Ich komme doch aus den 90er Jahren Schon vergessen Wo ist denn die Witch jetzt? Ich finde sie nicht Ich glaub, sie ist doch oben Ich muss mit dir reden Ich muss hier etwas vorsingen Ich hab ne Wette verloren Nein, hab ich nicht Ich sing's hier freiwillig vor Hier hinten oben Äh, wo? Hast du sie gefunden? Ich könnte uns alle damit in Gefahr bringen Dass ich hier was vorsingen will, aber Ey, deswegen gehst du hier vor Musst dich als erstes sehen Ein, Molo, drauf Hier drüben gibt's Molly Mollies Äh, ja Hier gibt's Molly Witch Wo, wo, Witch Ich mag Ich such's Oh, oh Da knurrt was Da knurrt was Sie sieht mich Du hast die Witch aufgeschreckt, du Depp Ey Weine nicht Denn der Regen kommt, Rich Äh, soll ich dir hochhelfen? Wie geht das nochmal? Alles klar Ein Freund möchte nämlich, dass ich hier eine Strophe von Marmorstein und Eisenbricht folge Ach so, jetzt hast du's ja gemacht Ja Ja Werde ich aber bei der nächsten auch tun Hab ich gerade das nicht angemacht? Ja Da ist noch eine Wo? Hörst du das? Weine nicht Ich hab ein Ich hör's nicht Sobald wir hier unten rein können Sollten wir da durchgehen Aua Aua Komm rein, komm rein, komm rein Ah, da meinst du Okay, ich komm nur noch nicht rein Weil ich mich nicht erst eher gehen kann Ah doch Du hast einen Smoker getötet Und da schrägt noch was rum Mh Aua, du hast mich getroffen Äh, 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 äh Muni Ist ja keine andere Möglichkeit Diese Witch aufzuhalten Äh, doch, indem wir sie ignorieren Ja, sie hat mich hier gesehen, ne? Oh, ja, okay Ähm, wie lang nehmen wir schon auf? Warte, 14 Minuten 14 Minuten erst? Dann weiß ich, weiß ja Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ja Äh, warte, wir haben angefangen um Ja, 4 vor 4 vor? Also, also, nee 14, 15 Nee, 7 vor? 11 vor Das heißt, wir nehmen schon 22 Minuten auf Okay, dann machen wir hier jetzt einen Schnitt Hier? Ja Okay, Moment Das war richtig Wo ist denn der Bunker? Ja, nicht mal weit, glaube ich Ja, dann gehen wir noch zum Bunker und machen da einen Schnitt Sollten wir rennen Einfach durchrennen Lalalalalalalala Äh Das war ein Hunter, das war bestimmt Hunter Max Max ist ein Freund von mir, der Hunter liebt Und deswegen nenne ich jetzt Einfach durchschleichen, einfach durchschleichen Ich nenne jetzt jeden Hunter, den wir sehen, Max Da hinten ist das hier In den Einkaufsladen da Ja Lasst mich durch, ihr Hurensöhne Ihr Mistgeburten Ich hüpfe, ah da La, 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 la La, la, la Lasst mich durch Komm rein, komm rein, komm rein Ist Spinnen drin Nein, da rein, in den Schussraum Achso, äh Wo denn? Hier, achso Ich, ich hab mich rein Mach die Tüße, wenn alle da sind Ich hab noch ein KP Ich lebe noch Ich bin mir schurchtbar Ich bin mir schurchtbar Soll man denn hier einen Kack machen? Ja, sobald der Ladebike sein ist Was ich noch sagen wollte Ich werde jetzt jeden Hunter, Hunter Max nennen Weil Max ein guter Freund von mir ist Hunter Liebes Tank schlechter Ich bin Witschieger Ich bin Witschieger Dann sollten wir jetzt hier mal kurz Äh, ja, uns be- Moment Ich will mich kurz befummeln lassen Oh, danke Das können wir auch im nächsten Part machen Ja, okay, dann Cut auf Frei oder so Nee, einfach sagen Tschüss Das war Jones 1.30 Spieltipps und XXPano9X6 Und Louis hat den Kopfmerk wieder gedreht Bis zum nächsten Part Ciao Ciao Ciao